Ja Okay, wir kommen gerade durch Kannst du vor zur Adam-Markierung kommen? Ja Wenn ich die richtige Richtung laufe Sim Wenn du in der Nürburgräte Base kommst, da liegt schon ein Junter-Roxat, dann weißt du schon was los ist Okay Da Uli Da müssten wir jetzt eigentlich rechts rein fahren in den Ort Müssten wir? Soll ich? Ja, fahr mal rein Theoretisch müsste jetzt da kommen Da ist er, okay Da bin ich doch schon froh ich Steigst du aus? Ja Stell den Sitz hinter Oh, Zobis Komm schon, da kommen Zobis Steigt ein Los, einsteigen, wir müssen hier weg Los Warte mal, hat das Auto eine Tür? Eine Beifahrertür? Das ist ja Ich hab... Also gut Nee, hat keine Beifahrertür Ich fahr jetzt raus Deine Tür ist noch offen Lass mich einsteigen Ich kann die Tür nicht zumachen Ähm Jetzt halt Bist du drin? Los Los geht's Los, 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 los Naja, komm schon So, du weißt wo lang Hier wieder zurück Nein, ja Wir schlängeln uns wieder durch die Brücke Schätze ich mal Hier an dem Adder vorbei und links Ich hab gesagt wir fahren zu... Weiß nicht wo wir hinfahren wollen Erstmal raus aus dem Anfängergebiet, oder? Ja, erstmal raus dann Vielen Dank.